Ah, na toll, so war das jetzt nicht geplant. Altbewährt vielleicht, aber wissen Sie, es hat seinen Grund, dass sich manche Dinge nicht ändern. Wie dieses Lenkrad, mit dem ich weit mehr als nur mein Fahrzeug steuern kann. Ich habe alles unter Kontrolle, wann und wie ich es möchte. Musik, Lautstärke, Smartphones, das Design des Kombi-Instruments und das Beste sind die Schaltwippen, mit denen ich einstellen kann. Wie stark ich durch die Rekuperation abbremsen möchte. Ah, so stark wollte ich jetzt aber nicht abbremsen. Das Multifunktionslenkrad und das digitale Kombi-Instrument im Enyaq IV.